Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Q-World Oh, hast du gerade die Schallplatte kaputt? Die Schallplatte ist kaputt Q-World 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 Ja, das ist okay, das ist okay Ach ja, genau, bevor wir jetzt... also Witzel Ja, ich nehme auf, da hast du recht Ihr Spaß Nein, ich wollte meinen Affen jetzt einen Namen geben Mein Name ist Karl Asch Karl Asch? Herr Karl Asch, das ist okay, meine ich Wir wollen ja nicht festen, na? Ja, dein Leuchten ist, ich fliege mal dahin, wo es läuft Ja, mach mal, guck mal Vielleicht ist es ja ein Krokodil Man, das war das mal eher genau wie ich Gerd So, so heißt es, mein Affen, mein Affen Was das mit? Ja, cool, schlafen mal jetzt Ja, ich mach mal Mach mal, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert Also, das ist halt das Hallo, Hallo, Hallo Ah, ich schlafe, okay Ah, ich schlafe, okay Eh, wir haben halb zwei Ich versuche, glaube ich zu mir zu kommen, aber ich schaufe, es schaften nicht Ah, komm und er économisch, der schläft der Eierksee, ab Orion Tsch So, wenn es sichn zwei Uhr date professional verschlafen, dann betrachtet nichts lassen einfach heißen nun hört man auch gehört nachher auf mit dem Blödsinn das sagt man auch also muss ich da auch so das Beispiel bieten okay okay so weiß ich total wir sind die müssen wir zu schnell darüber gekommen am ehemals auch so ein Ding ja aber ich fliege ja nicht die ganze Zeit ist die ganze Zeit mit meinem Boot ich wundere mich schon die ganze Zeit warum sie so still ist zu stillen ja ich hab die Musik vergessen aber das kein Problem die schneide ich hinterher genau das ist alles kein Problem naja mehr vertreten die Euro Sorge ist noch ein Fels sehe ich und auf der rechten Seite ist auch noch Insel ich warte mal wo jetzt bis zu weg Richtung Norden was hättest du davon ich drücke Norden ja 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 wir gehen mal Richtung Norden gucken auf diese Insel ja eigentlich wollte ich jetzt bitte haben aber hier diese Penner tauchen hier nicht auf ne die ne ich hab auch noch keinen gesehen die sind sind ja überselten oder tauchen die Montagsüberauf oh nein hey hey hör auf damit du blöder Insektgard Insektgard? ja oh hier sind ganz viele ja es sind ja ganz viele ja komm her du blöd Mann oh so der sitzt platt hey ich hab jetzt 300 oh ich hab ein Wassereis gefunden ein Wassereis? ja ich hab ein Wassereis gefunden noch eins nee ja ich hatte gar keins doch jetzt hab ich zwei hey wie geht denn das? hey wie geht denn das? man kann ja nur immer nur eine Sache davon mitnehmen ja aber ich hab jetzt zwei Wassereis das ist unlogisch ja das ist sehr unlogisch das verstehe ich jetzt nicht aber ist doch geil ja ja okay was machen wir gehen Richtung Westen oder Norden wo wollt sie zählen ja es ist nur ich wollte nur auf die Insel ja dann lass uns weiter nach Westen wow so ich wollte ja okay auf die Insel gucken wegen Krokodil und hier aber ich glaube hier werden nicht so allzu viele Krokodile sein aber ich glaube ich auch nicht hier ist kein Krokodil drauf denitiv Kainz denitiv Kainz ok ich habe das immer gemacht ach das wieder Karl Arsch hey Karl Arsch Krokodil 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 diese Arsch ich gucke mal ich bin gerade unter Wasser am B-O-Nuss vollgeilig unter Wasser ne ja das sieht richtig geil aus ach so ich hab gelesen ich soll hinterher noch in deinem Update eine 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 jetzt fällt Untergrundwelt ach so eine Untergrundwelt ich weiß nicht so irgendwie so ähnlich wie der Nether beim Minecraft oder so oder vielleicht auch anders keine Ahnung auf jeden Fall eine Untergrundwelt da bin ich gespannt wenn das Update rauskommt wie das aussieht bestimmt richtig krass also der Nether in Minecraft sieht ja schon ziemlich cool aus es ist ein bisschen mehr da mehr da zu lassen der Bau aber es spricht sich so doof aus um weil es sehr dunkel ich hoffe dass das hier nicht auch so ist weil das eigentlich eine ganz gute Welt ja 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 warte ich bin warte mal warte mal warte auf mich jetzt hast du dich schon platt gemacht ich habe mal den Kopf herausgezogen weil irgendwie habe ich die ganze zu fiepen und sonst eigentlich nichts hätt ich Musik wäre es besser aber zum Fiepen ja ok das nervt ja das nervt ja 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 die Tüte die Tüte und es sieht man mega geil aus ja Alter warte mal auf mich ich komme zu dir wenn ich wüsste wo du bist verstecke mich HH HH du sollst diese Ego Perspektive schalten in den Wasserschwimmungsaufbau zu sollen ach diesen Knoll Hallo unter Wasser ja was machen wir hier hallo geht auf die Akkorde da hinten ist der Momo das sehe ich denn ja doch der fügende Schaden dazu obwohl ich unter Wasser bin und der ein Feuer mag er ist also der schießt mit Feuer auf mich und macht Schaden ja aber es ist ja auch unlogisch zu schießen mit Wasser ja aber nein das ist nicht ja ok tut mir leid es ist logisch ich hätte da jetzt gesagt komm herr du genau ja nur und allein dass du nichts gesagt hast reicht schon dass du äh hier damit habe ich schon was ausgedrückt ja genau komm herr du genau lauf nicht weg Momo ich laufe nicht weg ich schwimme weg aber ich bin ja nicht weg ja okay dann sind die ich nicht zu dir so ein bisschen so ein bisschen drüber vielleicht bringt sie uns nur nun drucken Achter bisher schon jahre du hast gerade irritiert ja ich bin der grüne Typ ich habe grüne Typ der Mini Halk Hallo Halk du 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 Oh komm mal da hinten, das ist ein Piranha Haben wir den mal auf die Mütze? Ja Ja, aber ich hab was drauf nicht treffen nicht Mist Mist Der ist, oh ja, ich kriege ihn, ich kriege ihn Wupp Ich hab draufgekommen, ich hab draufgekommen, komm, komm, mehr Kommplatz Wow, das ging jetzt aber schnell Oh, das war ganz cool Oh, da sind noch mehr Hier unten, an diesem Fels Okay, ich komme Okay, ich komme Ich wollte eigentlich jetzt weiter richten müssen und so, aber das geht schon klar Die, die, die Ah, bei mir klappt es irgendwie nicht Das sind ziemlich viele Oh, nein, 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 nein Nein, 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 nein Doch, bei mir ist so rot So, ja, keine Ahnung So, ich höre keine Ahnung Åh Okay, ich höre 9 Immerhin So, dann kann man nicht gut auflegen Ich hab jetzt 462 von 450 von 550 Also fehlen mir noch Ähhhh, das sind dann 82, ne? Ja, und wieso, guck mal Guck mal links hier, so sind die Steine Darum sind so komische Rillen. Da hat der Hund aber ganz schön Langeweile. Warum? Ja, weil die Hunde, kennst du das nicht, die sind an einer Leine an einem Baum und laufen dann immer da drum herum. Und dann gibt das auch so eine Rille. Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Da gibt es ganz viele Steine, wo so Rillen drum sind. Ja, aber hier gibt es doch keine Hunde. Ja, aber weil... Ach, das ist ja überall hier. Das sehe ich auch erst gerade. Mhm. Was ist das für das? Schwupp, jetzt bin ich oben und ich sehe nichts mehr. Echt? Ne. Also ich sehe schon was, aber... Das ist nichts. Nein, bin ich nicht. Nur ein bisschen. Äh, warum? Ach so, Richtung Westen. Okay, gut. Ja, Richtung Westen. Ja, wollte sie nicht Richtung Westen. Doch, doch. Ja, dann gib mal Gast. Ich bin gleich da. Juhu. Juhu. Schatz, du ne? Fuhu. Weißt du warum? Nein, ich weiß nicht. Was? Ja. Ich verstehe dich nicht. Du sprichst so leise. Ich kann mich teleportieren. Deswegen bin ich schnellst du. Ah. Ja, ich bin gleich hier da. Da, wo man so sein möchte, weißt du? Da, wo wir so hinwollen. Weißt du, du bist dann da, wenn man... Ah, schön. Ich weiß gar nicht, hier ist nix, Alter. Warte doch. Irgendwo, warte mal, warte mal, warte mal. Karte links. Süden. Oh, rechts ist ne Stadt. Im Norden ist ne Stadt, komm lass uns Richtung Norden. Das will ich mir angucken, wo die Stadt ist. Saksim Süden und dann ist sie im Norden. Ja, im Süden wann fällt sie, meint ich? Nö. Ja, mei. Ja, mei. Im Norden ist die Stadt. Ja, du bist da gleich mal. Ah, da, 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 da. Ja? Die, 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 die erste Erse, ja, ich weiß, jetzt hier. Ich hab Musik. Jetzt hab keine Musik. Wenn du jetzt mal in die Kopfhörigen ausfuhlt. Mach mal. Sie die keiner, wenn ich stehen beinahe ist, äh, das stehen bei mir sie genauso aus wie das Weiterfahrens, ist total. Ach, ne, nicht ganz, man sieht ja den Untergrund. Du bist da oben. Und was ist mit Wolken? das sieht man nicht was soll ich dir sie unsichtbar die Stadt im Wasser ist bestimmt cooler ja ich bin gespannt wie es aussieht naja ich bin gleich da vielleicht du bist gleich vielleicht da ich bin genau hinter dir B. aber ich bin hier nicht und dann bin ich schneller ja das ist gemein aber jetzt siehst du mich nicht mehr ich spring die ganze Zeit mit meinem Boot die ich glaube wir kommen dann zum Strand Festland das ist gut Lanka Ocean sind wir oder Sri Lanka Ocean weiß man nicht Sri Lanka Ocean ja ist klar da steht Lanka aber oh Gott ach guck mal da ist direkt ein Haus wie schön ich bin da was ein Horst ein Haus du Horst ja du bist mir auch so ein Horst so ich guck mal was haben wir denn hier so schön ist alles hoffentlich gibt es hier diesen Turm aber es sieht nicht wirklich besser aus sieht nicht besser wie sieht nicht besser aus Turmmäßig meine es sieht richtig geil aus hier in der Stadt keine Frage aber Turmmäßig so oh guck mal da ist oh es ist hell ja ich weiß wie geil hast du gut gemacht hast du gut gemacht das sieht ja mal mega geil aus hier so ich guck mal guck du mal jump and up and aufs Dach ich bin aufs Dach ich guck mich ein bisschen hier um von so einem Haus ich bin voll der Assassine ich klettere hier auf das Haus aufs Dach yeah mach das boah alter ist die riesig die Stadt das ist ja unglaublich und da ist der Turm hast du den Turm gefunden? ja ich flieg da hin mach mal ich guck mal jetzt auf die Karte ist ja riesengroß die Stadt unglaublich krasser Stadt man voll geil cool so hoffentlich finde ich auch mal ein Krokodil aber war das nicht so dass an Städten nicht so Gegner sind? nee nee oh 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 Mist man weiß es nicht man weiß es nicht ja man weiß es nicht aber das ist die schade friedliche Stadt zu sein da hinten ist ne das ist ein Ding hier ist ein Schaf hier haben wir einen Typen der heißt Patrick nicht Patrick sondern Patrick 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 I'm looking for weapon ja klar na klar I'm looking for weapons you should visit Weapon Shop oh ja das ist interessant das so was macht der was oh die ist schon in Depth schaden Depth was heißt das sind er aufgerüstet ah ah so wenn ich die Boah Heiliger 128 ich zumal ich gehe rucke 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 glanz yeah das magst du auch ne ja natürlich so ich probere oder hast du jetzt grad mit dem Typen gesprochen ja 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 der Typ hat das gesagt ach so da kann ich ja nicht zu dem sagen das magst du ne wenn er das auch gerade sagt dass er das mag ja ja ist ok bist du bei dem großen Ton ey guck mal guck mal guck mal ich kann was neues du kannst was neues ja wie soll ich das denn gucken ja ich komme noch gerade zu dir ach guck mal da guck mal da guck mal was ich kann ja das war cool was war das ja wie hast du das denn gemacht so oder auch nicht so bis jetzt ein Feuermagier oder was ja boom egal cool so ein Schumann ist nicht mehr heilt aber dafür kann ich halt so mega krass Bomben ich bin gerade mal überlegen soll ich den hier nehmen oder vielleicht doch eher bei den anderen doch das ist geil mit der Bombe ich suche und suche und suche und suche und suche was bist du ja hast du super gemacht das ist ein Volk denn die wenn das denn macht er mach neck warum auch immer rad das ist komisch ich habe nicht eins gedrückt hat machte das nicht so ich erinnere mal eben etwas so wichtig will noch an der nicht so sicher die angebung habe ich beim Berserker kommt auf an was kann der Guardian was kann der Berserker der Berserker werden wir gar nicht und mit dem mit dem Schild schilddings er kann nicht ich mache das einfach mal ich probiere es aus ich gucke mal ob ich nicht vielleicht so ein Splitter finde irgendwie an der Küste so jetzt warte mal das wäre ja mal was ah dann habe ich so ein Schild um mich dann halte ich mir aus alter Schwede mein Affe haut die ganze Zeit gegen so ein Dummy echt? ja der ist total bekloppt voll der Aggro hör mal auf jetzt mit dem Kacke äh dem Käse muss der Tee drücken dann läuft der wieder zu dir ne machte nicht hab ich auch mal gerade gemacht jetzt ist er hinter mir gespawnt und läuft hinter mir her soo bekräftigen das Typ ist auf der nördlichen Seite ja gut ich suche hier gerade die Küste ab aber wirklich nach Splitter sieht es hier nicht aus aber dafür ist immer so also wenn man danach sucht dann findet man es nicht das Buch so kann man und es mit dem Schild ist cool müssen was für das nicht so also ich bin hier nichts die 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 Arzt in der kräftigen Distrikt okay so jetzt guck ich mich mal um ich habe das ich glaube wir sollten gleich mal ja wir sollten schluss machen dass er auf die uhr und passen oder sowas ich habe keine Uhr habe ich nicht dran gedacht zu verfahren wo waren das war was wo waren dass sie jetzt hier ich suche dass gerade was ja das wenn du das sagst weiß ich nicht was du meinst im Endeffekt wo man so sowas machen kann warte mal auch das ist das ich glaube ich hab's gefunden das sieht ja mega heftig aus wir können ja Luft so wie bei Minecraft das finde ich cool was ja aha ich guck mal sind das Gegner wie geht das? ja das ist ein Gegner ich probier mal die Waffe aus mach mal also das neue New Dingens okay bo alter das brummst sogar bei mir noch echt? ja ist aber leider nicht ganz so stark ist nicht ganz so stark da müssen wir dort auftunen ja das ist alter Schwede da ist rumst die ganze Zeit im Bogen aber das ist ziemlich cool ja ich merke es rumst rumst warte warte und gleich oh schade und hast du nochmal gehört? ja die ganze Zeit schon cool ja cool ja ziemlich cool oh hier ist ein Weg so ich guck mal schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das ja ich habe eine Waffe gefunden die ist verdammt stark eine verdammt stark Waffe ja die mache ich mir jetzt direkt mal die Kräfte dir bam jetzt habe ich die Waffe wie geil haha ich habe eine riesen Axt ja mach mal mal sehen es wird schon jetzt sitze ich hier cool hallo steh auf so danke so ich habe jetzt eine Hammerwaffe Alter hallo 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 voll cool das macht richtig Spaß ja glaube ich aber das coole ist wenn ich das mache dann ist der Gegner Dreck gelähmt dann liegt er erstmal und dann kann ich ihn in Ruhe angreifen muss ich jetzt noch skillen und dann äh ne x habe ich nichts mehr ok schade wo bist denn du ich ich tune gerade meine meine Wippen jetzt kann ich dich aber nicht mehr heilen dafür habe ich jetzt auch mein Schilddings da dafür kann ich das hier der hätte jetzt nicht geklappt warte das kann ich bääää bäää 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 so kann ich da was machen nein kann ich nicht schade so meine Waffe ist jetzt aufgemacht ich würde mal sagen wir machen an der Stelle Schluss wir bedanken uns herzlich fürs Zuschauen hoffen dass ich diese Folge gefallen hat und würden uns freuen wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen genau und sagen auf Wiedersehen auf Wiedersehen bis 3 bis 4 bis 5 bis 2 bis 4 bis 3 1